Jetzt, zum ersten Mal, bekam ich seine Kraft zu spüren. Aber wie die Sache für mich hätte ausgehen können, das sollte mir erst am nächsten Tag aufgehen. Na, wie geht's, Herr? Mach der Arm. Nichts, Sir. Es hätte schlimmer kommen können. Jetzt begriff ich, wie es mir ergangen wäre, wenn er mit aller Kraft zugepackt hätte. Erzähler. Erzähler. Ich habe es uns aufrechtgenommen.